Einen wunderschönen guten Tag, liebe Expressleser, mein Name ist Dominik, ich komme auch aus Köln und ihr seid hier bei den Videodays-Tagebüchern angekommen. Ich werde euch jetzt in den nächsten Tagen das größte YouTube- und Online-TV-Event Deutschlands und Europas näher bringen. Findet in der Lanxess Arena statt, 15.000 Besucher aus ganz Deutschland werden erwartet, gibt eine Riesenshow und viele andere Dinge, die Backstage stattfinden. Die Einblicke dazu gibt es exklusiv hier und da freue ich mich, euch in diese Welt ein bisschen näher zu bringen. Damit ich euch heute mit zu den Proben in die Halle mitnehmen kann, musste ich gestern Abend aber erst einmal die Show schreiben. Und bei über zwei Stunden Show auf der Bühne sind das natürlich einige Zahlen, die ich in den Computer hämmern muss. Aber ich bin fertig geworden und deswegen flitzen wir jetzt zusammen in die Lanxess Arena. Wir fahren natürlich am schönsten Panorama diesen Morgen zur Lanxess Arena. Guten Morgen, jetzt ist nämlich mal eine Probe. Wir werden so ein paar Sachen probieren und man merkt schon so, die Stimme ist etwas angeschlagen. Der Abend war dann doch gestern etwas länger. Das sind ja viele Kollegen aus der ganzen Republik jetzt hier und dann kann man schon mal versacken. Ihr kennt das ja, dann wird es sehr spät. Aber ich freue mich, das Wetter ist toll, es wird sehr warm, aber in der Halle wird es, glaube ich, jetzt auch ganz angenehm sein. Und ich freue mich sehr, kommt doch einfach mal mit. So, jetzt wird unsere Bühne sein, noch ein bisschen wird gewerkelt. Ja, das ist die Halle, riesengroß. Und ich freue mich, denn ich werde jetzt mal ein bisschen bei der Probe mal ein bisschen den Sound checken, ob das alles klappt. Jetzt gibt es für euch wirklich einen exklusiven Einblick. Ich werde nämlich in der Show einmal mitten im Rang auftauchen. Das wisst ihr jetzt schon mal alle anderen nicht. Das ist nämlich eine große Überraschung. Und dann müssen wir natürlich jetzt trotzdem mal gucken, ob der Ton funktioniert. Ich freue mich schon. Ja, aber das passt auch eigentlich. Das ist ziemlich ruhig. Klappt auf jeden Fall, deswegen wird es auch genau so stattfinden. Ich würde mich übrigens auch freuen, wenn wir nonstop, wenn wir nonstop bei der Show immer nur so singen. Das wäre gut. Dankeschön, Dankeschön. Hallo, ich bin Christoph, soll ich sagen. Na, ich bin doch Michael, wie ist das passiert? Aber auf jeden Fall, Christoph Krachten ist auch schon getroffen. Jetzt sind natürlich morgens alle schon hier hängen in der Halle. Freust du dich auf die Show? Ja, es wird ganz toll. Und ein Community Day. Wir haben ja den besten Moderator. Ja, nein. Doch. Achso, doch. Nein, und der Ablauf ist toll. Das sind tolle Sachen und das wird sehr lustig. Also ich bin gespannt. Glaubst du auch, es wird die coolste Show, die wir je gemacht haben? Ja, ich glaube es auch. Ich glaube, es wird die coolste Show aller Zeiten. Wir gehen jetzt ins Kino, ich bin hier fertig, erst einmal und auf geht's. Wir liegen fantastisch in der Zeit. Ich habe jetzt sogar zehn Minuten Puffer. Ich kann auch ein bisschen entspannen. Für mich geht es jetzt ins Kino. Fantastic Vorschau. Und da haben wir auch noch so ein Element in der Show. Das heißt, ich muss den Film natürlich vorher sehen. Für meinen Filmkanal ja auch nicht schlecht. Und das mache ich jetzt. Und da sind ihr jetzt eigentlich schon beim ersten Ende des Videotagebuches angelangt. Ihr seht jetzt ein bisschen, wie das alles abläuft, was ich so mache. Und ich hoffe, das gefällt euch. Dann sehen wir uns morgen wieder. Dann mit dem Community Day. Und dann werdet ihr noch besser verstehen, was passiert da eigentlich. Und ich freue mich sehr. Macht es gut. Bis dann. Ciao. Ciao.